Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Channel. Heute sind wir beim 4. Mal Kochen angelangt und ich habe gedacht, wir machen richtig, richtig leckeres Bananenbrot mit Heidelbeeren oder Blaubeeren, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und das Ganze natürlich in High Protein ist eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wie immer findet ihr die Zutatenliste in der Videobeschreibung, aber ich zeige sie euch natürlich auch einmal hier. Also ganz klar, wir brauchen hier einmal das Total Protein von Monotrition Geschmacksneutral, habe ich jetzt genommen. Ihr könnt aber auch jedes andere nehmen, was für euch passt. Ich mische das jetzt hier. Ich habe leider keine andere Verpackung mehr, weil die Verpackung irgendwie immer so blöd ist. Das Designerway von ESN in Blueberry Cheesecake ist das. Ihr wisst ja, das sind wahrscheinlich diese, also es geht ja einmal von ESN in diese richtigen Dosen, so wie von Monotrition und einmal diese Beutel. Und ich finde, diese Beutel sind da absolut Horror und deswegen fülle ich mir das immer um in Zipbeutel. Dann brauchen wir einmal Milch. Ich nehme jetzt hier Mandelmilch. Dann zwei Eier, zwei Bananen, ein bisschen Backpulver. Dann Haferflocken, feine Haferflocken, ganz wichtig. Dann ein bisschen Mehl. Ich hoffe, das reicht noch, sonst muss ich nochmal nachfüllen. Dann natürlich Heidelbeeren, die sind bei mir noch im Gefrierschrank. Ich will das noch nicht jetzt rausholen, weil dann sind sie geschmolzen. Und damit wir keinen Zucker verwenden, verwende ich sehr gerne, das ist natürlich auch Geschmackssache, Butterkeks in Kombination mit Blueberry Cheesecake. Das Chunky Flavor von Monotrition, für mich immer noch eins der wichtigsten Game Changer in der Diät, beziehungsweise in einem Kaloriendefizit. Ja, ich würde sagen, wir fangen an und mischen jetzt erstmal alle trockenen Zutaten zusammen. Ich habe eine Sache vergessen. Bevor wir die trockenen Zutaten vermischen, müssen wir erstmal die reifen Bananen in die Schüssel geben und mit einer Gabel zerkleinern. So, wir haben jetzt hier einmal die zwei Bananen ordentlich zermatscht und jetzt kommen die trockenen Zutaten hinzu. So, wir brauchen jetzt 90 Gramm Mehl. Ich hoffe, wie gesagt, das reicht noch. Das könnte eng werden. Ja, 83 Gramm ist auch okay. Dann brauchen wir 80 Gramm feine Haferflocken. Ich muss mal kurz mein Mikro hier wieder ordentlich richten, sonst würde er immer nur Haarrascheln. So, 80 Gramm feine Haferflocken. Ja, das passt. Dann insgesamt 50 Gramm Proteinpulver und ich mache es so, dass ich 25 Gramm von dem Geschmacksneutralen nehme und 25 Gramm von dem Blueberry Cheesecake Proteinpulver. Passt perfekt. So, passt perfekt. Ich nehme noch ein bisschen Backpulver. Ja, so ungefähr zwei Teelöffel. So, das sollte reichen. Ich bin immer zu faul dafür, wirklich einen Teelöffel zu nehmen. So, dann machen wir natürlich jetzt hier noch das Schanky rein. Und da nehme ich mir zwei Scoops Butterkeks und zwei Scoops Blueberry Cheesecake. Ich habe das bei manchen mal probiert mit dieser Technik, die sie ja immer angeben, aber ich muss ehrlich sagen, ich komme damit nicht zurecht. Und bei mir sind auch bisher noch keine Chunkies geklummt. Ich weiß nicht, was ich irgendwie anders mache als andere, aber ja. So. Ich prüfe aber auch jedes Mal, ob die wirklich wieder zu sind. So. Dann kommen jetzt, ich muss einmal kurz luschen, 200 Milliliter Milch. Also letztes Mal hat das auch in diese Schüssel gepasst, das muss jetzt auch passen. So, 200 Milliliter Milch und dann noch zwei Eier. So, jetzt haben wir hier alles vermengt, bis auf die Heidelbeeren, die heben wir später unter. Und jetzt heißt es erstmal, alles schön miteinander verrühren. So, jetzt haben wir hier alles richtig schön vermengt. Ihr seht, es ist eine schöne breiige Masse, sage ich jetzt mal. Und jetzt geben wir zwischen 50 und 75 Gramm Heidelbeeren hinzu. Die können auch tiefgefroren sein, also die müssen nicht frisch sein. Ich mag es ein bisschen saftiger mit Heidelbeeren, deswegen gebe ich 75 Gramm hinzu. So. Das sind genau 75 Gramm. Und die heben wir jetzt natürlich vorsichtig unter. So, jetzt ist der Teig soweit fertig. Da kommt jetzt erstmal mit der Waage beiseite. Und jetzt nehme ich mir hier so einen, ich weiß gar nicht, ist das eine Kuchenform oder Brotbackform? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehme ich mir so eine Kastenform. Und da sprühe ich jetzt ein ganz bisschen von dem Null-Kalorien-Öl-Spray, mit dem 2-Kalorien-Öl-Spray hinein, damit es nicht ganz so fest bappt. Für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, das ist einmal dieses 2-Kalorien-Öl-Spray von More Nutrition. Ich finde das ganz gut, weil man kann damit relativ gut dosieren. Einmal so ein bisschen am Rand entlang. Einfach damit das nicht so krass fest bappt, sage ich jetzt mal. So, jetzt nehmen wir uns einen Löffel und füllen das Ganze auch schon in die Form. So, wenn ihr natürlich wollt, dann könnt ihr jetzt auch noch eine Banane obendrauf drapieren zur Deko. Ich würde es weglassen, weil es sind nochmal unnötige Kalorien, weil das Bananenbrot speckt auch so gut. Und nur zur Deko würde ich persönlich alle möglichen Kalorien weglassen. Das ist aber nur meine Meinung. Und das Ganze kommt dann jetzt für ca., ich muss immer wieder spicken, 35 bis 40 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in 20 bis 30 Minuten wieder. So, wir haben jetzt das Bananenbrot aus dem Backofen genommen. Das Ganze war jetzt 35 Minuten im Backofen. Und wir lassen es jetzt erstmal schön auskühlen, damit wir es dann auch schneiden können. So, jetzt haben wir hier einmal abgekühlt das leckere Bananenbrot. Und Leute, schaut euch das mal an. Es ist jetzt noch ein ganz bisschen warm, deswegen ist es noch ein bisschen flabberig. Aber die Konsistenz ist einfach, es schmeckt so, so lecker. Es ist einfach wirklich ein richtig, richtig geiles Rezept. Ihr müsst das nachmachen. Die Nährwerte-ETC findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächste Woche, wenn wir das nächste Rezept gemeinsam kochen. Da muss ich mir noch irgendwas Leckeres überlegen. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Rezept findet, wenn ihr es nachgemacht habt. Gebt gerne diesem Video ein Like und folgt mir hier auf dem Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!